Wo war die Batterie? Stimmt, Duracell-Batterie. Wie es schon aussieht. Sans gegen riesige Bowser gegen die Duracell-Batterie. Ich liebe sie im Workshop. Ich will doch nur... Er fängt uns einfach vor der Stage. Die Stage ist einfach so fett wie Erik. Nicht wirklich. Ne, es war jetzt... Nein! Nein, ich bin auch runtergefallen. Was für ein Scheiß. Wie kann ich runterfallen? Runter. Ah. Dieses Gesicht in seinen Augen einfach. Wie können wir und dann... So was kommt. Sekunde, ich mach mal kurz einen Screenshot. Nein. Mein schlägt keine Gänse, Erik. Ne, warte, du! Ja! Ich laufe mit nem Ghouli-Deckel durch die Gegend. Oh mein. Wie OP ist dein Typ, Alter? Ich weiß nicht mal, was der kann. Bam. Er hebt einfach einen Finger. Ja. Ja. Hm-hm-hm. Was ist das denn Upvote? Was? Was? Auf Smashes für die Upvote. Bro. Mit der Goose nochmal gewonnen. Wack. 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 Das Ding ist... Wack. 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 Was habt ihr genommen? Ach so, das... Da! Stickbug. Du hast meinen Stick gepackt. Temi, Temi! BAM! Das war der Tür weggeschlagen! Als wäre das die Tür war. Oh mein... Was ist das so für die Tür? Die kann ein paar Sachen, die kann nichts an. Mein Gott, du hast einen Hund getötet. Mit einer Tür. Oh, dein Leben zu verlieren habe ich euch beide einfach komplett verstört. Was ist das für eine OP-Tier? Wir haben alle Smash-Attacken. Trotzdem, was... Oh, die Tür ist gestorben. Wie sich das anhören muss. Wenn jemand das nicht sieht... Okay, das ist wirklich sad. Okay, Tür gegen den Hund. Das finden habe ich keine Ahnung, wie ich das mit dem Gesetz hin kriege. Was? Ach, du lebst das noch? Ja. Stick back. Ach so. Andoing Dog wins. Ich glaube, ich muss eine Undertale spielen. Was bin ich? Small Boy. Wir haben hier wenig Platz. Also passt auf, dass sie nicht runterfällt. Was ist das für eine OP-Attack? Was? Die hier. Bam. Jetzt guck mal. Ich weiß nicht mal, wer bin ich? Warte, ich habe zwei Charaktere? Ja. Nein! Nicht! Ich... Hä? Ach so, Erik ist nie, man. Nein! Ich slappe ihn einfach tot. Warte, ich bin vor der Decke gefallen. Warum? Weil du unsichtbar warst. Ich war ein riesen Schild an. Guck mal, wie ich renne. Wie ich renne. Ich kann mich in Burger verwandeln. Zeig mal. Warte. Hä? Ich werde rumgekickt, also geht's grad nicht. Siehst du? Burger. Hä? Burger. Warte, da ist auch ein Hund bei dir. Das ist... Wo? Da unten ist ein Stickball. Bei Erik. Malik, warum hast du dein Skelett nicht bei dir? Ähm, Sans? Nein, also da läuft so ein Skelett immer. Das ist ein Skelett, das ist ein... Kennst du diesen Get-Stick-Bugged-Meme? Nein. Das ist er. Der ist so geil. Meme-Winz. Du musst auf Enter drücken, wollte ich nur sagen. Oh Mann, es gibt so viel Müll bei meinen Kartern, die ich gefunden habe. Plague Knight. Suchen. Wow. Ich hab... Ich hab nichts gedrückt eigentlich, glaube ich. Ich... Geil, ich bin die Tür. Bum. Warte, wie hast du das hingekriegt? Denken Sie, dass ich weiß, wie dieses Game funktioniert? Ich bin der Schreck-Zauberer. Hier kommen meine Balls. Deine ist tot, der andere auch gleich. Oder auch nicht. Get-Stick-Bugged. Ja. Jawel, was kommst du? Ah! Oh, pfff! Was? Ich bin vor dir gestorben. Ich bin vor dir gestorben. Hauptsache, guck mal bei mir auf Soul-Side. Oh Mann. Warte, ich mach mal bei Regeln, ich mach einfach vier Stocks. Ich fange an immer weiter hoch zu leveln. Oh Mann. Ich werde den mal weiter aufladen. Ihr könnt mich nicht stoppen. Fuck. Ey, bei mir habe ich mehr Leben gemacht. Oh, guck mal. Da hat wohl jemand noch ein paar mehr Leben. Sagen wir mal, Phil, dass es nicht so ist. Ja. What? Kommst du doch mal runter? Lass den Löffel wegschmeißen. Ja. Gut, das ist... Ich hoffe, das ist mehr... Mal sehen, ist das überhaupt mehr Leben? Hey! Geht's nicht bald. Boink. 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 Ja. Warte, wer ist der Löffel? Erik? Achso. Warum höre ich Erik nicht? Erik? Hallo? Achso. Ah. Oh. Hast du gemutet? Nein. Oh, nein, nein. 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 Geil. Ich bleibe nicht drauf und falle einfach runter. Give me love. Genau. Oh, Fortnite PNG. Lustig, so ein großer Kartier und so eine kleine Stage. Irgendwie fackt Erik ab. Sogar mit die Parrys funktionieren nicht. Ich meine, bei Erik ist halt einfach nur Fan. Ich würde das nur feiern, wenn Erik einfach runterfällt. Ich bin halt gut. Oh. Nein, du bist fett. Bam. Dieses Team einfach nur dieses ganze Obama hat. Nice. Alter, es ist ein Donnerstagabend und die ganze Zeit höre ich Obama schreien. Du bist fett. XBOX Microphone hier. Erik nicht, das Mikrofon zu vergewaltigen. Oh Gott. Was ist das? Obama. Obama. Obama hat gar kein wenig besuchter gefangen. Juice. Er hat aber einen trans-rechtsueller Creeper. Trans-rights. Ja. Ich meine, wer sieht sich einen Creeper und du denkst, ja, trans-rechte. Ja. Oh, Scripts. Auf, Obama. Auf, Obama. Digger. Nein. The trans-rechte Creeper has won. Trafektueller Creeper gewinnt. Vor allem, haben Creeper überhaupt ein Standardgeschlecht oder so? Wer will ehrlich gesagt doch nachgucken. Oh. Was? Ich hab den, hab ich die Stage überhaupt? Nein, hab ich nicht. Oh mein. Ich hab den, der ist zu OP. Was? Wer... Es brvs. der fache, wartet. Bunk. Ja. Oh. Ey! Ich versuche zu parryen, bin aber zu dumm. Zeit den Plan zu wechseln. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. es bringt einfach richtig bei mir ja bei mir das war eine nice combo ok er hat definitiv noch die meisten stocks kümmern uns darum das nicht mehr so ist nein kobe ok aber nächstes mal mit personen machen wir einfach kürbi oder ich glaube warte mit wie vielen leuten kann man entweder ganz schön spiel nur zwei schade oh mein der springen stein alter eric wie viel leben hast du hast 216 prozent der stein ist weg also ich finde gerade denn ich habe eigentlich gut ich weiß nicht was ich hier mache kann er wirklich nichts anderes wirklich nichts anderes er kann nur hoch und runter springen ich glaube ich habe das auch für konsolen wenn ja habe ich noch mal eine verwendung für die video also wieder und ich glaube nicht also das schade und das was maxi als händlichen video spiel so aufreg ich habe das jetzt so gesagt weil du dich jetzt so aufregt und ich das überhaupt nicht verstehen ich denke mir so okay hast du sonst keine probleme so jetzt bin ich tot ja warum es ist ja wahrscheinlich nicht mit dem und ich mit sowas wie dass der video spiel einfach von einer fecken pinken kugel getötet wird das ist kürbi glaube ich wen findest du nix mal kürbi oder was auch immer ich meine kürbi ist natürlich süß und alles aber verdammt front ist sexy mit dieser mine ich bin noch zwei leben haben wir beide das können dauern und wir noch drei minuten diesen katern